Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal POD gemeinsam wachsen. Ich bin der Hewal und wir starten diesmal mit den Einnahmen vom März. Wie bei mir der März gelaufen ist und wie ich zu den Entwicklungen auf der Welt stehe, vor allem was das meiner Meinung nach für das POD-Business bedeutet, erfahrt ihr in diesem Video. Dann hätte ich gesagt, fangen wir mal direkt mit Spreadshirt an. Spreadshirt war diesen Monat schlechter als letzten Monat und ein Ticken besser im Vergleich zum Vorjahresmonat, aber das ist nicht wirklich relevant. Ich hatte sechs Sales diesen Monat, nein, ich hatte sechs Sales im März und fünf Sales im März 2021, also letztes Jahr. Von den Einnahmen bedeutet das 19,59 Euro im März diesen Jahres und letztes Jahr hatte ich 8,78 Euro. Dieses Jahr wurden einfach andere Produkte auf Spreadshirt gekauft, weil die Preise kann man ja nicht verändern. Also ich glaube, letztes Jahr habe ich relativ viel so Masken und Sticker und sowas verkauft, dass, ja, ist ja die Marge nicht so wirklich groß. Wie sich das im Einzelnen verhält bei Spreadshirt und auch bei MBA, werde ich dann euch nachher noch zeigen. Dann schauen wir mal an, wie sich Merch bei Amazon verhält. Und zwar sind wir hier einen Ticken schlechter zum Februar. Im Februar hatten wir 19 Sales, jetzt sind wir im März bei 17 Sales. Das heißt, wir haben uns gegenüber dem Februar diesen Jahres einen Ticken verschlechtert, allerdings im Vergleich zum Vorjahresmonat deutlich verbessert. Ist ein bisschen wenig, ich hätte mir vielleicht ein bisschen mehr erwünscht, dass wir wenigstens so im Februar von den Sales ankommen. Aber ja, ihr seht es ja, wie es im letzten Jahr sich verhalten hat. Ich denke mal jetzt so April, Mai wird es dann langsam anziehen und dann müssen wir mal schauen, wo wir da hinkommen. Zum Thema MBA Sales werde ich am Ende des Videos auch nochmal ein paar Worte verlieren, aber dazu eben später mehr. Dann die Einnahmen, das sieht natürlich deutlich besser aus. Und zwar diesen Monat und zwar dieses Jahr liegen wir bei 75 Euro und im März letzten Jahres lagen wir bei 5,69 Euro. Und im Vergleich zum Februar ist es so, wir haben den Monat 75 Euro, letzten Monat 74 Euro. Also da ist jetzt nicht wirklich viel rum, aber im Vergleich zum Vorjahresmonat hat sich hier doch ja da einiges getan. Im positiven Sinne liegt natürlich zum großen Teil klar daran, dass ich einfach mehr verkauft habe, aber natürlich auch, dass ich ja meine Preise verändert habe. Und zwar bin ich ja bei allen T-Shirts jetzt mittlerweile bei 19,99 Euro. Vielleicht ist das ein oder andere T-Shirt noch bei 18,99 Euro. Aber mittlerweile dürfte ich eigentlich alles auf den Standardpreis, auf meinen Standardpreis 19,99 Euro hochgestellt haben. Also von daher bin ich mit den Einnahmen her insofern zufrieden, als dass es eben gut zu den Zahlen passt. Dann hätte ich gesagt, schauen wir uns mal den Vergleich an. Und zwar sieht es momentan so aus. Achso, weil ich es gerade sehe. Ich habe noch KDP dazu genommen. Ich dachte mir, das könnte vielleicht auch interessant sein. Da geht bei mir zwar nicht allzu viel, aber es liegt ganz einfach daran, weil ich halt bei KDP auch fast nichts mache. Aber nichtsdestotrotz schauen wir uns das doch einmal an. Ich habe jetzt hier auch die Zahlen nachgepflegt vom letzten Jahr. Da seht ihr ja, wir sind im Januar waren wir bei vier Sales gegenüber ein Sale zum Vorjahresmonat. Und im Februar waren wir bei einem Sale im Vergleich zu drei Sales im Vorjahresmonat. Ich muss dazu sagen, bei KDP ist es bei mir so, ich habe ja irgendwann einmal so früher letzten Jahres oder so, dürfte so ungefähr die Zeit wie jetzt gewesen sein, angefangen Terminplaner zu, ja so Terminaufgabenplaner hochzuladen. Und habe so, ich kann schlecht abschätzen, ich glaube 300, also mehr dürfte es nicht sein. Dieser Terminplaner für allerdings 2021 online. Und dieser Terminplaner ist ja eigentlich für dieses Jahr 2022 nicht wirklich geeignet, weil halt das Datum nicht zu den Wochentagen passt. Seltsamerweise kaufen die Leute aber nichtsdestotrotz diesen Terminplaner, der eigentlich für letztes Jahr ist. Werden wir nicht wissen, warum das so ist, werden wir auch nicht herauskriegen. Finde ich auf jeden Fall ein bisschen lustig. Bei KDP ist ja mein Ziel, da tatsächlich mal ein bisschen Content-Bücher, naja ein bisschen, mal ein Content-Buch zu produzieren, so muss man sagen. Aber das ist sehr zeitintensiv und Zeit ist bei mir derzeit eine extreme Mangelware. Dazu werde ich euch aber auch nochmal am Ende des Videos sagen. Also es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben. Dann bekommt ihr noch ein paar Insights am Ende des Videos. Dann schauen wir mal weiter. KDP-Sales und KDP-Einnahmen, da habe ich den Titel vergessen zu ändern. Das habe ich jetzt einmal nachgeholt. Okay, dann ein bisschen lauter machen. Einen ganz kleinen Ticken, okay? Ja, ein bisschen lauter. Hast du schon? Nee? Dann mach einen Ticken lauter. Dann gehen wir nur an den Schleifern. Ja, und jetzt muss es leiser sein. Von den Einnahmen ist es so, wir haben im Januar 12 Euro eingenommen, im Februar waren es 3,06 Euro und im März sind wir bei 18,36 Euro. Die Zahlen sind aber noch nicht ganz endgültig, weil Amazon liefert die ja immer stark verzögert aus. Deswegen ist halt das, was mir jetzt angezeigt worden ist für März, die Anzahl an Sales, aber das für März habe ich jetzt nicht. Aber ich glaube, das waren vier Bücher wahrscheinlich oder fünf. Und ich verdiene pro Buch 3,06 Euro. Und ich habe, glaube, pro Buch einen Preis von 9,99 Euro oder sowas. Also bin da jetzt nicht wirklich groß von den Preisen her im Niedrigpreissektor. Also wie gesagt, das habe ich ja eigentlich generell mir abgewöhnt, weil ich das einfach nicht gut finde. Wir machen uns so die Preise ja selber kaputt und das muss ja nicht sein. Dann schauen wir uns mal die Plattformen im Vergleich an. Also momentan, klar, liegt NBA ganz weit vorne, gefolgt von Spreadshirt. Ja, ziemlich abgeschlagen und ein ganz geringer Teil entfällt auf KDP. Sieht im Vergleich zu 2021. Ja, wird sich wahrscheinlich, ich meine, hier haben wir ungefähr die Hälfte von, bei Spreadshirt die Hälfte von NBA im Jahr 2021. Aber das sieht man jetzt schon hier, dass NBA deutlich mehr verkauft wird, als auf Spreadshirt und auch die Einnahmen eben deutlich höher sind. Deswegen gehe ich mal stark davon aus, dass das Diagramm im Jahr 2020, äh, 2020, also Ende dieses Jahres, doch ein bisschen anders ausschauen wird als hier. Also da wären wir wahrscheinlich, also ich schätze mal, dass ich 90% der Sales durch NBA bekommen werde und die restlichen 10% teilen sie wahrscheinlich zwischen KDP und Spreadshirt auf. Dann schauen wir mal die Einnahmen und Ausgaben im Vergleich. Da liegen wir bei 329,78 Euro jetzt im Print-on-Demand dieses Jahr. Bei den Einnahmen und bei den Ausgaben 232,23 Euro. Wohlgemerkt, das sind nur Ausgaben und Einnahmen in Bezug auf das Print-on-Demand. Falls ihr euch im Übrigen wundert, was da im Hintergrund für Geräusche sind, dass es meine kleine dreijährige Tochter gerade Handy guckt und hier hinter mir auf dem Boden liegt und sich es gemütlich gemacht hat. Anna, leise bitte. Du musst die ganze Zeit schon leise sein. Dann schauen wir uns mal die Sales im Detail an. Und zwar müssen wir hier dann natürlich die letzten 30 Tage einstellen. Da seht ihr schon, da ist eigentlich nicht wirklich was gegangen. An fünf Tagen haben wir mal ein Design verkauft und da brauchen wir, glaube ich, nicht wirklich groß viel dazu sagen. Da ist es natürlich schon spannender, wie es sich mit NBA, mit Amazon verhält. Aber hier ist es auch relativ unspektakulär. Ihr seht, ich habe die überwiegenden Tage einen Sale gehabt. Einige Tage mit Null Sales und drei Tage mit zwei Sales. Und in Summe eben diese 18 bei 75 Euro Royalties. Ist halt einfach der März ein ruhiger, ruhiger Monat. Falls jemand den Pretty Merch nutzt, vielleicht kann mir ja mal einer erklären, was es hier mit auf sich hat mit dieser 80-20-Regel. Also die 80-20-Regel kenne ich schon. Also 20 Prozent der Produkte bringen 80 Prozent des Umsatzes. So soll es ja vom Sinn her ausgedrückt werden. Aber ich verstehe das hier in diesem Zusammenhang nicht. Vielleicht kann mir das ja einer in den Kommentaren erklären. Dann von den Sachen, die verkauft worden sind, überwiegend T-Shirts, ein bisschen Pullis, überwiegend Männer, ein bisschen Frauen, ein bisschen Unisex und ein Kindershirt. Und die Sales verteilen sich so. Ich habe hier bei einem Design sechs, dann zwei und die restlichen. Schauen wir mal, ob ich es richtig sortiert habe. Ja, ist richtig sortiert. Sechs, zwei und der Rest einzeln. Das heißt, es war, ja gut, bei den paar Sales kann man nicht viel erwarten. War einfach gut durchmischt. Ich hatte allerdings auch nur einen Return. Das ist Gott sei Dank ganz gut. Das sah ja im letzten Monat ein bisschen schlechter aus im Februar. Dann gucken wir uns mal die Statistiken vom Produktor an. Und zwar... Nee, Anna, bitte jetzt leise, bitte. Und zwar verteilen sich die 17 Sales beim Pretty Merge von 18 minus 1, weil ich eben einen Return habe, auf 11 Designs. Und 4 Designs habe ich neu verkauft. Also relativ, ja, unspektakulär. Hier seht ihr, hier habe ich eins diesen Monat sechsmal verkauft. Das ist allerdings schon ein älteres Design. Und eins wurde davon auch zurückgeschickt. Was auch immer ganz spannend ist, die durchschnittliche Verkaufsrate der letzten Zeiträume. Letzten sieben Tage, 14 Tage und 30 Tage hat sich jetzt eigentlich nicht wirklich viel getan. Ich war in den letzten 30 Tagen bei 0,6 Sales pro Tag. 0,7 in den letzten 14 und 7 Tagen. Das heißt, so ganz, ganz, ganz minimal zieht es jetzt bei mir an. Aber, ja, dass es anzieht, ist vielleicht schon ein bisschen zu viel gesagt. Was aber auch ganz spannend ist, und zwar von meinen Designs haben sich, von meinen 500 hochgeladenen Designs, haben sich 126 verkauft. Das entspricht ungefähr ein Viertel. Also ziemlich genau ein Viertel. Und, ja, das ist ja so ungefähr der Wert, der so immer gesagt wird, zwischen, ja, 15 und 25 Prozent der Designs verkaufen sich in etwa. Sieht natürlich bei den Produkten ein bisschen anders aus. Da liegen wir aktuell bei 3,63 Produkte. Aber es liegt einfach daran, dass ich nur die Produkte, die ich, also nur die Designs, die ich verkaufe, die lade ich dann, also erst lade ich alles als T-Shirts hoch. Und danach, wenn Sales draufkommen, so zwei, drei Sales da sind, dann lade ich sie auf weitere Produkte hoch. Aber das hatte ich ja schon ein paar Mal erklärt. Auch meine Gründe dafür, das lassen wir jetzt mal so beiseite. So, dann kommen wir mal zu dem Punkt, warum bei mir momentan die 3 zur Mangelware ist. Ihr merkt es ja auch, Videos tut sich relativ wenig. Die Sache ist einfach die, ich mache natürlich nicht nur das Print-on-Demand, weil von den paar Gröten könnten wir jetzt nicht wirklich große Sprünge machen. Und da muss ich natürlich auch weitere, ja, Services sozusagen anbieten. Und zum einen schreibe ich eben Texte für andere Firmen. Und ich schneide auch mittlerweile Videos für andere Firmen, für YouTuber und so weiter. Und das ist doch relativ, sage ich mal, zeitintensiv. Und da habe ich jetzt eben eine Firma, einen, ja, ich sage mal, ich nenne es mal Großauftrag, wo ich relativ viel schneiden muss. Je mehr, umso besser. Aber da ist jetzt so, da wird jetzt dann nochmal die nächsten zwei, drei Wochen Pause sein, weil die einfach neues Material liefern müssen. Und dementsprechend werde ich das auch mal ein bisschen Zeit zum Durchschnaufen haben und auch endlich mal ein paar Videos rausbringen können, die bei mir so auf der Agenda stehen, die ich eigentlich schon nächstes Mal gemacht haben wollte. Dann noch meine Einschätzung zur aktuellen Lage. Also was da passiert, ist natürlich ziemlich übel für alle Beteiligten. Ich möchte jetzt gar nicht so wirklich aussprechen. Also ihr wisst wahrscheinlich, um was es geht, einfach um diese Krise, weil ich nicht weiß, wie YouTube darauf reagiert. Und ich möchte jetzt hier nicht irgendwie Sperrung vom Video oder sowas bekommen. Aber das Thema ist tatsächlich, dass ich schon der Meinung bin, dass sich das noch bei uns massiv auf die Einnahmen auswirken wird, sofern sich die Situation nicht bessern wird. Und damit meine ich einfach, dass die aktuelle Situation halt einfach befriedet wird. Wovon ich jetzt erst einmal nicht ausgehen würde, das nächste Viertel, halbe Jahr. Also da bin ich mir ziemlich sicher, da wird es noch so weitergehen. Und wir müssen halt sehen, dass das Ganze natürlich eine Riesenauswirkung auf die globale Weltwirtschaft hat. Wir haben ja das Problem schon 2020 und 2021 durch Corona gehabt, dass wir hier, oh, wieder dieses böse Wort. Ich hoffe mal, es gibt keine Probleme. Naja, wie dem auch sei. Und hier haben wir, ja, schon viele Lieferketten unterbrochen. Und jetzt durch diese vielen Quarantänen, die kommen durch diese, ja, hohen Zahlen, wirkt sich das natürlich als, ich nenne es mal Brandbeschleuniger. Das heißt, wir haben Rohstoffknappheit. Wir werden voraussichtlich auch eine Energieknappheit bekommen. Also da sehe ich dem Ganzen nicht sehr rosig entgegen. Wir werden mal sehen, wo es hinführen wird. Aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir da uns ein bisschen warm anziehen werden müssen. Und das ist natürlich was, was so ganz, ganz prinzipiell auf die Käuferstimmung mal einfach so psychisch gesehen drückt. Und zusätzlich haben wir dann halt noch die Problematik, dass je nachdem, was halt genau kommt, unter Umständen das Geld bei vielen einfach nicht mehr so locker sitzen wird. Und als, ja, dritten großen Punkt muss man natürlich auch die Inflation sehen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass Amazon die Preise, die Grundpreise für T-Shirts wahrscheinlich in den nächsten Wochen oder Monaten auch anheben wird und dementsprechend wir dann unsere Preise auch erhöhen müssen. Ich habe da keine Vorstellung, ob Amazon dann einfach den Grundpreis erhöht und unsere Realities obendrauf setzt. Was ich jetzt eher mal nicht denke. Also ich schätze, wir werden da tatsächlich unsere Preise selber manuell anpassen müssen. Aber das funktioniert ja mit Merchflow oder mit dem Produktor ganz gut. Falls ihr da Wissensbedarf habt, gebt mir einfach Bescheid. Dann kann ich da nochmal ein Video drüber machen, wie man mit dem Produktor automatisiert die Preise erhöhen kann oder verändern kann. Geht ja auch in die andere Richtung. Ja, das ist meine Einschätzung zur aktuellen Lage. Ich bin da eher ein bisschen pessimistisch. Dann nennen wir es mal vorsichtig pessimistisch. Ich bin jetzt hier nicht in Untergangsstimmung. Aber ich schätze mal, da werden wir noch ein bisschen Spaß mit haben. Das, ja, ich weiß, das ist ziemlich zynisch, aber ihr versteht, was ich meine. Wir werden da auf jeden Fall mal noch ein bisschen die Auswirkungen spüren, selbst wenn die Situation befriedet ist. Das wird uns wahrscheinlich noch das ganze Jahr begleiten. Und das werden natürlich auch wir im Print-on-Demand, also es wird jeder Unternehmer, jeder Privatanwender, es werden einfach alle merken, dass sich da was verändert. Ich sage immer Krisen als Chancen sehen. Denn es ist natürlich ein Riesenvorteil, wenn wir jetzt auch die Möglichkeit haben, oder was heißt die Möglichkeit haben, die hatten wir ja immer. Aber jetzt werden wir halt da doch, sage ich mal, ziemlich, ziemlich brachial gezwungen, unsere Energieoffensive der erneuerbaren Energien zu optimieren. Und ich hoffe mal, dass sich da was in die richtige Richtung tun wird, dass die Weltwirtschaft auch oder die weltumspannenden Unternehmen, die ja führend sind in der Batterietechnik oder ganz generell in der Energiespeicherung, gibt es ja noch ganz andere Möglichkeiten. Da hoffe ich mal, dass wir da ein großes Stück vorwärts kommen werden in den nächsten Jahren, dass wir einfach keine fossilen Energien mehr verbrennen müssen. Das ist einfach nicht mehr, nicht mehr, nicht angesagt. Ich bin auch kein Klimafanatiker, aber wir haben halt nur eine Welt und auf die sollten wir aufpassen. Und wenn ich dann sehe, dass in den Ländern, ja, Brennstofftanks, Treibstofftanks zerbombt werden und was das für Unmengen an Energie freigesetzt wird, die völlig in die Luft geht und dann auch noch so extrem viel CO2 produziert, das ist halt echter Blödsinn. Und man kann fast meinen, die Menschheit hat nichts dazugelernt. Aber da könnte ich jetzt stundenlang weiter drüber philosophieren. Ich denke mal, wir sollten es dabei jetzt belassen. Und das war es für dieses Video. Ich wünsche euch einen schönen Tag und wir sehen uns dann im nächsten Video.